Marcel, ist das nicht dein Lieblingsfilm? Du kannst dich einfach bewegen. Du kannst einfach W drücken. Die Geisha oder Geisha? Geisha. Geisha? Ist das nicht dein Lieblingsfilm? Easy hat er ja gesehen. Das ist mir gut, ich liebe den Film. Ich wollte das Buch einmal lesen. What? Fuck you. Bombspring? Ah, jetzt ist Pering vorbei, oder? Ne. Hä? Jetzt hat er neu angefangen mit den 30 Sekunden. Ja, weil Coco gerade in Einstellung ist, glaube ich. Äh, ja. Ich bin ganz kurz FK, bin sofort wieder da. Ja, ja. Okay. FK, Coco abschießen. Achso, wurde schon getan. Okay. Das Buch soll auch... Er ist einfach so gestorben. Man kann ja hier nichts... Oh. Ja, Leon und Marcel, Leon und Marcel, Leon und Marcel. Okay, jetzt... Okay, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Hä? Guck mal hier aus, Mann. Guck mal hier aus, Mann. Guck mal hier aus, Mann. Wolltest du mir bitte nicht nach Nolan? Oh, warum komm ich hier raus? Leon, komm komm hier raus. Leon, komm komm hier raus. Weil ich kuscheln will. Möchte wir mit mir duschen? 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 Da hinten ins Lena, oder? Komm ich hier raus? Ähm. Weiß ich nicht. Ah, da. Vorne. Ohne, geh weg. Hey, Lena. Das ist echt nicht gut, dass wir hier drin sind. Nee, überhaupt nicht. Leon kommt. Okay, du kannst da raus? Ich habe es nicht geschafft hier hoch und springen. Oh lol, doch jetzt geht's. Aber wir sind auf einer Insel. Leon! Was denn? Bleib hier. Kommt man hier nicht hoch? Warum? Kommt man nicht hoch. Das möchte er. Ich war gerade rutschen, ne? Guck mal auf Klo. Guck. Ja, rutschen. Schreib's mega nice. Ich geh gerade hoch zu den Rutschen, falls ich sterbe, ich bin da. Fuck, komm mir nicht raus. Ich hasse es. Stringen und Steuerung drücken, ne? Ah, no, thanks. Gibt's hier auch irgendwelche secrets? Ja. Ja, klar. Wird jetzt alle rutschen oder was? Wo muss man denn rutschen? Oh, wer hat die Katze? Ach, tue die Katze. Ja. Diese Katze raff ich einfach nicht. Wer auch immer durchgerutscht ist, ist grün. Nolan ist noch nicht gerutscht. Oh, oh. Da war rot. Wer hat als zweiter gerutscht? Wer kommt da gerade runter? Lena. Lena muss gequillt werden. Kann ich fahren? Doch. 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 Einmal im Sand. Wer hat dich, wer hat dich gekillt? Weiß ich nicht. Was steht eigentlich? Aber egal. Äh. Bis später, Izzy. Und vielen, vielen Dank und schlaf schön. Und wir halten durch. Hm. Lol. Das kann ich gerade nicht sehen, wer da gekillt hat. Mann, ich versteck mich jetzt einfach. Ich werde nicht rutschen, wenn du ein Trader bist. Nein! Ich wollte die ABC. Ich bin gleichzeitig mit Leonbrot. Ich wollte das... Das... Ja gut, das kommt ja trotzdem einmal, ne? Und das kommt ja auch auf der Seite. Was, meh. Oh, Misty. Haben wir den... Haben wir den Trader-Tester so umgangen? So, wieder da. Ja gut, möglich. Gut, das kann... Ich weiß gar nicht, ob das Licht oben leuchtet. Wenn im Störpetscher... Ja, das Licht, äh, leuchtet oben. Okay. Wir sind... Fast alle. Wir haben geschlossen. Wer sind denn diese fast alle? Fast alle. Fast alle... Ey! Lena. Ich bin Bademeister. Ich wurde nicht ausgesperrt. Bist du aus Lock? Ich bin... Nicht vom Beckenrand springen, hier, du kleine Fotze. Korka, spielst du jetzt wie mit, oder nicht? Ja. Äh, ja, ich spiel wieder mit. Ich bin... Äh, äh, äh... Äh, hier, nicht vom Beckenrand springen. Ne, Marcel, nicht laufen hier. Ich hab grad auf die Fresse legen. Ich hab grad auf die Fresse legen. Äh, 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 hallo! Ne, ich... Kinders! Ihr habt grad hier gestern, ne? Nicht ins Wasser jetzt! Wir mussten hier die Pommesbude, oder das... Oh! Solche Pommesbudi, die ist da... Die ist da hinten, musst du mal Silke fragen. Äh, äh... Die ist da hinten, hier, da! Ah! Hast du geschossen? Ja, ja, ich hab auf die... die Bude geschossen. Ich... Zieh mich mal grad oben, Leute, ne? Wartet auf mich, ich will nur noch grad mein Bikini anziehen. Ich glaub, die Tür geht in die Tür zu. Da wir uns kein Bett mehr teilen, möchte ich dich wenigstens beobachten beim Umziehen. Wo bist du? Hey, ich bin... ich bin hier in der Umkleide. In der Umkleide? Nolan ist grad bei mir. Was heißt bei mir? Oh! 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 Wer ist hinten rechts in der Ecke im Twitter-Room? Oh mein Gott. Das heißt, Leute sind jetzt gestorben, die im Pool unten waren, oder? Ja. Ey! Leon kam aus dem Teleporter raus. Leon kam aus dem Teleporter raus. Woher weißt du, wo die ganzen Teleporter sind, Alter? Ja, danke! Woo! Das ist doch kacke, Mann! Ey, das weiß halt jeder, wo die ganzen Teleporter schon sind, Mann. Ich weiß es nicht. Ja, aber Nolan weiß halt alles. Das ist kacke, Mann. Und dann kämmt der halt direkt den Teleporter ab und steht daneben. Ja, aber ich wusste, dass du nicht hinten rechts auf der Ecke rauskommst. Das ist halt nur scheiße. Wer war denn Chester? Wer war denn Chester? Ich war Chester. Warst du das? Ja. Ja, das ist halt auch noch nicht immer dumm, ey. Keine Ahnung, wieso können wir das halt nicht lernen, wenn du uns instant immer wegknallst? Keine Ahnung, wie sollen wir das dann so üben? Haben wir ja nicht. Also du hast... Ich wollte gerade sagen, du hast mich getötet. Ja, klar, aber du hättest mich ja so oder so getötet, weil ich noch in der Kabine stand. Welche... Nee. Ich wusste nicht welche Kabine. Ich wusste legit nicht welche Kabine, aber du kamst mir halt entgegen. Welche Kabine ist denn der Teleporter? Ich weiß nicht welche. Das war eigentlich irgendeine von den Ertausenden hier. Ja. Ja. Also da kommst du auf jeden Fall raus. Wie macht man das denn? Bitte? Ist das so ein Ding denn vor? Ist das nirgendwo? Du tauchst da einfach auf. Nein, das ist der Traitor-Port in der... In dem Traitor-Raum. Traitor-Raum. Genau. Also. Das ist halt scheiße, wenn es jeder schon kennt. Dann kannst du also eigentlich nicht lernen. Ja, es kennt doch kein... Also ich kenn's nicht. Ja, du nicht. Aber die anderen. Ja, und das sagt mir auch niemand. Ja. Trotzdem ist es halt schwierig für dich als Traitor, wenn du das erste Mal auf so einer Map bist, weil jeder die Map halt schon kennt. Ja, natürlich. Ja, ich wollte die Map auch nicht. Ich hab extra erst nach einer anderen Map gevotet. Aber ist ja jetzt auch egal. Ey, ich bin zu doof zum Sprengen. Ey, ich lass das lieber. Rutsche. Ey, ich trau mich auch nicht ins Wasser zu spüren. Ist grün gewesen bei Thüringer. Aber kann man das da oben nicht auf Fake? Ist auch grün gewesen. Ey, ich bin auch grün. Na komm, wir können auch mal rutschen. Du bist auch gerutscht, Venom. Ja. Ich vertraue euch. Wer... Wer hat gerutscht? Muss man links oder rechts? Ist egal. Ist egal welche. Okay. Wer fliegt ein Superscharf? Achtung, wer fliegt ein Achtung. Oh mein Gott. Hm? Also wer fliegt dem was nicht? Ich bin oben gerade am... Goga jetzt bei mir. Wer fliegt über die Kassel bei dir. Und wir nehmen es hier... Leon. Habt ihr oben gesehen? Lena. Ja, ich hab's gehört. Okay, also entweder Marcel oder Lena. Marcel? Entweder Marcel oder Lena. Aber aus welcher Richtung kam das? Kam es aus der Umkleide? Aus der Richtung der Kabinen. War ich gerade umziehen? Ich rutsche gerne. Lena, Lena oder Marcel? Ist gut. Ja, Lena war in der Kabine. Du kannst aus der Kabine rausschießen, ne? Die Tür war zu, Mann. Das Schaf kann fliegen. Ne, da ist niemand auf der Rutsche, so. Na guck, das ist gut. Okay, ich geh auch durch die Linke. Hier ist nämlich niemand im Leben. Das ist unter mir. Wölfchen ist hier. Ja. Möchtest du nicht aufrutschen? Was kam, Lena? Oh neul. Okay. Dann muss es Wölfchen sein. Nein, auf Wölfchen ging das doch. Marcel müsste es sein. Marcel? Wieso bin ich? Marcel, geh weg. Lenas gerutscht? Ja. Kann Koka bezeugen. Wer nimmt es auch nachrutschen? Hallo? Marcel, geh kalteschen. Wer findest du hier? Wer findest du hier beim Traitor Room? Wo ist der Traitor Room? Wo ist der Traitor Room? Wo ist der Traitor Room? Äh, hinten rechts in der Ecke. Ja, der ist ja... Hinten rechts ist ein super auch andere. Wer findest du immer noch bei mir? Bei der Rutsche rechts. Wer findest du hier? Ich wollte ganz sagen, auf Wölfchen ging er das scharf. Wir kommen, Rutsche. Hui. Ja. Okay. Schade. Ich dachte, mich knallt doch wer auch. Kann ich gern machen, Wolfi. Danke. Ah, Marcel. Ja, aber der Traitor Tast ist halt echt stark. Eigentlich sollten wir den nicht zu oft benutzen. Der was? Den Traitor Tast ist halt echt stark. Ja, der ist wirklich stark. Weil sonst auch das ist zu schwer für den Traitor. Das stimmt. Ich glaub, mit mehr Leuten sind die sinnige... Toll, die ist hier gar nicht Shotgun mehr. Ja, du lässt einfach ohne Traitor Tester spielen. Auch, schon wieder ne Sniper weg mit dem... Wo ist denn hier die Shotgun? Die Shotgun sind halt immer ins und alle weg, ne? Ja, ja. Proof. Ja, voll kacke auf der Map. Hä? Ich hatte die Catgun? Wo ist denn hier noch ne... Ah. Keine. Gut ist, aber sie... Catgun? Was ist? Welcher ist das? Hä? Die Katze. Achso, die Catty-Catgun. Achso, sorry. Die heißt... The Catgun? Was? Was? Was war das? Das war wieder so ne Spray... Äh, so ne... Disco? Warum nicht? Ist verdächtig. Alina... Alina... Ich will mich hier... Hast du mal klein, Alina? Ich will zuhause anrufen. Hast du mal klein, Alina? Hast du mal klein, Alina? Ich will zuhause anrufen. Ja... Mir fällt auch Geld. Ich will meine Mami anrufen. Ich will hier raus. Warum? Wie kann man die hier aufmachen? Das hab ich mich auch gefragt. Ich find it's, ähm... Suspicious, ne? Random schießt, random? Nee, ich bin das. Ich hab die ganzen, äh... Fenster aufgeschossen. Doch, kommt man hier dann? Ah, boah. Das hab ich mal geschafft, nice. Wieso hüpfst du so komisch, Koka? Um keinen Headshot zu kriegen. Da kann man hier eigentlich auch bunnyhoppen mit dem Ding? Nee, nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ey. Nee. Ach, du meinst, um Momento aufzubauen? Die ist bei mir... Kann man eigentlich? Ja. Aber es verlangsamen dadurch. Nee. Wenn was, war's nicht rückwärts sogar, oder? Ich weiß es nicht mehr. Lauft halt eine in einer Reihe. Wölfchen ist es bestimmt. Stehen wir jetzt echt alle nebeneinander? Wer fehlt dann noch? Wer fehlt dann noch? Lena ist da hinten. Und jetzt fehlen Thüringer. In Thüringer lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Okay. Die Beruhigung ist nicht Traitor. Oh, war's nicht. Dafür hab ich schon gelernt. Hab ich nicht dahin, Marcel. Ja, das ist gut. Schreib noch mal. Ich hab's noch mal angekündigt. Oh, die Kettmann. Wenn die raus solltet, dann jaut die immer. Oh. Drück mal her. Im Nachladen. Ja, das verpuckt sich. Die leckt sich glaubt, oder? Nee, man krault sie. So? Sieht man das? Nee. Nee. Ich würd hier ganz gern... Könntet ihr mir... Ähm... Irgendwas... Ich glaub nicht. Das war Venom. Nee, war ich nicht. Wieso bist du badly wounded, Wolf? Ich bin hier bei... 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 Bei mir. Bei der Kawaii-Figur. Mein Koka. Koka. Ja. Das Ding ist, ich habe in der Zeit, wo du angeschossen wurdest, Lena und Leon gesehen, die beide keine Sniper in der Hand hatten. Das heißt, die beiden haben dich... Ich muss auf jeden Fall von den Kabinen gekommen. Die beiden haben dich nicht angeschossen. Nee. Nullen hat definitiv nicht angeschossen. Nee. Dann müsste es ja eigentlich Marcel sein. Und wir waren doch die Einzigen, die bei den Kabinen waren, oder nicht? Nö, Moko, Marcel war bei der. Hey, wer... Du kannst auch sein. Seit hinter Lena. Wolf, hast du gerade zugehört, dass ich bei Lena gewesen bin? Ja. Ich trau dir trotzdem nicht. Und schon wieder wurde ich angeschossen. Ja, siehst du und ich bin hinter Lena. Ja, sorry, aber ich war's halt nicht. Irgendwer hinter... Hölfchen? Irgendwer hat hinter Wolfi geschossen. Okay, der ist jetzt tot. Elber oder das ist Nolan. Oh, ich glaube... Der ist gestorben. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Der hat auch jemanden sterben hören. Ja, Wolfi wurde auch geknallt. Wolfi ist oben am Tretter der Sohn. Ja, Nolan. Alles klar, ist auch Nolan. Nein. Jemand ist... Ja, das war gewesen. Ja, das tut ich mich doch. Das tut ich nicht, dass es Nolan war. Dann tut ich mich doch. Los. Marcel, wo bist du? Los. Auf. Hopp. Ja, das ist gestorben. Ja, ja, ja. Gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir. Gib's mir. Ach, verdammt. Ja, Mann, das ist doch scheiße. Warum müsst ihr denn alle da beim Jester stehen? Ja, das ist für Jester. Das hätte ich schon echt... Okay, ne? Der macht das echt schwer als Traitor. Ja. Ja, aber das muss irgendwo interessant sein. Ja, das stimmt. Der macht doch vollbändig damit. Ich weiß vor allem auch nicht, wie mich noch auf den Sack gehen kann. Ja, das ist... Das ist halt irgendwann obvious, dass du das... Also, dass man der Jester ist. Klar, es ist obvious. Aber was soll ich mir denn sonst einfallen lassen? Ja, es ist nicht so obvious zu machen, dass man's merkt, sondern... Es ist halt echt... ...dass du halt... ...wälter sein könntest. Oh. Sasu, vielen, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön. Warum bist du denn noch wach? Das ist ja du. Hallo. Wie war dein Stream? Guten Tag. Ich hab dir gespielt. Ihr Lieben. Huch. Alter. Was ist denn das für ne Rave-Party hier, Alter? Huch. 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 Hast du schon mal ne Waffe oder... Hat da grad jemand auf... Alter. Huchel. Du wirst du den was? Weimau6. Und wie war... Huch. Marcel. Wie waren die Runden? Ich glaube, du hast... Gehst du wieder zurück? Warum gehst du nicht mehr hoch? Ja, weil wir nicht den Traitor-Tester verwenden sollten. Achso. Und warum bist du dann kurz hoch? Ich kann auch gern rutschen, meinetwegen. Schön, dass du da bist. Koka, was treibst du da oben? Hinter dem Pfad? Mhm. Ich bin hier mit den Fässern. Oh. Kannst du nur die rutschen runter? Kann man den von auf? Kann man den von auf? Nein, kann man... Ich glaube, da kommst du nicht hoch die Rutsche. Ach, rückwärts hoch, oder was? Ja, ja, das geht. Ja, es ist ganz schön schwierig, glaube ich. Wenn man zweimal weh, also wenn man schnell... Wenn man dann weh drückt, sprintet man. Oh, neu. Ja, oder man dann... Gibt, ähm... 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 Ja, okay. Shift... Shift schleichig. Ja. Ja, okay. Das ist bei mir Steuerung. Also... Crouching zumindest. Lang... Langsam geht's auch wieder. Ich kann... Fühlt sich zwar merkwürdig an, aber ich kann wieder... Wo? Was war das? Was war das? Was war das? Na, lief in so ner... Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, stand da so ziemlich vernächtig hinter der Wall, ne? Stand hinter der Wall? Warum lief in so ner Jahre, bin ich so gut, äh... Ich hab das geschafft. Ja, guck, aber wenn du mehr... 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 Bist du... Bist du keine Worte... Äh? Er hat auf jeden Fall... Versucht zu schießen... Oh mein Gott! Oh, oh, oh! Wolfi! Ah! Wof, 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 wof... Ah! Da oben, da oben, da oben recht. Wo? Da, da rechts bei der kleinen Rutsche. Es geht doch nicht. Ich hör wieder auf. Es ist Nolan. Huh! Huiuiui. Wolfi! Nolan hat doch entgegen geschossen. Komm schon. Was für Wölfchen. Fuck Ach man Ja Wölfchen war gut dass du hochgegangen bist Ey Mensch Lena hat mich so aufgehalten Weil die ich nicht gerannt bin Boah alter Knallt der Lena Einmal noch weg Richtiger Seil Oh man Habe ich gut gebetet War Nolan War ich musste halt irgendwas machen Weil Leute schon so Du bist ganz schön entspricht Und irgendwie ist das ganz merkwürdig mit dir Und dachte ich mir so Boah nein alter Es darf nicht weiter Dass das Wölfchen es schafft Dass die Leute jetzt auf ihn gehen Das geht nicht Oh man Anstatt dass es mir einmal gönnt Weißt du So eins sagt Ne 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 Oh hier war ich ja noch Los Dann nicht Was er erstes Ball Ja Ist neu eingerichtet Ja Bin's schön Super Alter Buch Da steht ruhig an auf einem haufen Wolffi Wo ist Koka Koki Koki Ich bin bei dir Schmutschi Ach das Da sind die zwei Das ist Marcel Was war das denn Was war das denn denn Hä Moin Dann hinter mir Koko Weil du der Chester bist Absolut nicht Stummer schrei nach Liebe Wer nachher fragt mich Ja Ich habe Angst Du kannst mir einfach wegrennen ne Ich krieg das mit dem Rennen nicht hinweg Finger Okay Schönen Tag noch Schönen Tag noch Schönen Tag noch Sag mal rede ich die ganze Zeit wenn ich Shift drücke Hast du das auf Shift gelegt oder was Das ist eigentlich möglich Ja Hallo Wer ist denn da Koka Uuuuh Nolan Guck mal ganz kurz nach Ja Habe ich darauf Guck halt die Katze Er springt Das ist schön Ja Unter Aber ich sehe dich nie reden Aber guck mal wenn ich das drücke Kann ich gerade bei dir gucken? Alter wo Da ist ja echt gegen Ne Du siehst es halt Nice Okay Ne 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 Autsch Was Das ist ein Was Moment Tut gerade einfach Was passiert hier Was passiert hier Klaut hier ist hier am Schlüssel Was ist ja alles klar Ah ja haben wir dir Thüringer lebst du noch Ich lebe noch ja Wolfi Was hast du vor Wolfi Schmaßi Schmaßi Wolfi Ok Habt ihr mitbekommen dass Wolfi tot ist Nein Er redet auf jeden Fall nicht mehr Thüringer Ja Thüringer lebt noch Wasser rennt mir hinterher Broke Ist halt alles beziehungsweise ist noch bei mir Hoch Okay Oh Gott Alter Die ist nicht von mir tatsächlich Smoky ist von mir Nee Thüringer hat Smoky gesagt Ja Wo ist Wolfi's Leiche Hier hinten Äh Thüringer Wo ist Wolfi's Leiche Ist die Frage wo Wolfi gestorben ist Ist die Frage Du warst doch grad hinter mir Ich? Ja Du warst hinten bei den Kabinen Ja aber ich war bei Koka Und dann hab ich Ja da wo er gestorben ist warst du Hä wo ist Wolfi gestorben Wir haben die gleich noch gar nicht gefunden Ja da ist aber Da ist Blut Wo denn Ja bei den Kabinen Ja ich bin bei den Kabinen Du Witzbold Ja da du Guck Guck doch mal bei den Kabinen Wo ist denn hinten Oh Leute Ähm Wo bist du bei den Ich bin grad bei den Duschen Hier bin ich Hier bei den Hier guck da Da ist kein Blut Hier bei mir ist fucking Blut Da ist kein Blut Hier ist fucking Blut Da ist kein Blut Leon Da ist Blut Genau Hier ist Blut Ja ja Und ich bin tot Alter Da ist kein Blut Ja doch bei mir schon Marcel ist immer noch bei mir Thüringer Ja Gut Leon Ja das Brauchst du dich grad ein Ja Leon Hör auf mich Hör auf auf mich zu schießen Leon Ich schieß nicht auf dich gerade Ja klar Deswegen hab ich ja nur 78 Schaden Das war ich nicht Ich war das nicht Du bist der einzige Aua Ich schieß grad nicht auf dich man Auf mich wird geschossen Ja weil du auf mich geschossen hast Hab ich nicht Thüringer ist am langen Gang Am Anfang bei den Glastinger Thüringer ist am langen Gang Hier ist Nolan Ich steh neben Nolan Bin hier Irgendwer von Von den beiden muss Ich wurde zuerst geschossen Ich habe nicht geschossen Hier ist jemand Koka Ja es ist Lena Lena Wer hat dich gewährt jetzt auf dich geschossen Ja Das kann nur du oder Der Thüringer gewesen sein Vom Winkel her Wer hat gerade geschossen? Ich habe nur eine Shotgun Hä? Nolan ist gestorben Es ist Venomous Venomous Ah dann kriegen wir Oh ich bin so dumm Ich bin so dumm Was? Ich schieß auf den Jester Alter Wolfi Wer hat dich getötet? Ah ich? Sei fair Oh ich Ich bin so blöd man Aber das Stöhnen von Nolan Hat mir halt dann verraten Es tut mir leid Das steckte einfach schon Das steckte einfach mir schon im Hals Bei der ABP Hast du mir einen Headshot gegeben? Auf den Noscope anscheinend Wow Hätte mir einen Noscope Headshot gegeben Uff Du kommst auf mich um die Ecke gelaufen Gibt es mit dem Headshot Träger Lüger Ich habe nicht geschossen Ich habe halt wirklich nicht auf dich geschossen Ich weiß dass du es nicht gewesen bist Nachdem ich ja gesehen habe Dass Ich wusste nämlich Ich wusste nämlich Thüringer Ey Namen heute ne Ich warte mich mal